Herr Leute hier ist wieder euer Bricka und wir zocken die Mess heißt sie ist und bitte Kevin Joiner wieso ich spiel ja gab mir die Lager wo ich gab Verkäufe ich bin alleine ich fühl mich gemacht da muss es so auskommen Herr Brickshot ja auf jeden Fall na gut ich komme zu dir es ist schon ein guter Gejointed ich habe es nur so gemeint weil wir ja zusammen Skypen oh geil leider muss ich nicht geht zu den anderen ja komm geht zu den anderen das sind Waffeausdruck Prozent Prozent ernein die um Serax Waffen noch er wird weiter Nimm die Scarab voll ab und hier auf Watt eine Fresse werden die Sorge du bist also im Gegenteil es ist weiter nein Euro jetzt bin ich verarschen der zieht mich locker den Neon so ist die Bronto wirklich so gut nicht so gut ein ich kommt davon und der umgehen kann ja das kommt bei jeder Waffe ja klar denn der ist voll over ich erkunde mal diese Map ich hab die Map noch nie gesagt ich erkunde mal diesen Map du weißt schon ich werde grad abgefahren was bist du ich werde grad abgefahren abgefahren keine Ahnung wo die bleiben ich hab 221 und wo bleibt ihr bin ich gerade auf unser Schiff Jo warum bin ich auf unser Schiff kapier ich es nicht weil du es kannst ja ne ich bin alles genau ne bist du nicht nein ich bin mal wieder runtergejumpt so wie meistens wo ich bin erster boah ich bin erster WTF 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 okay das war als übertrieben oft gesagt aber zwar wirklich jetzt ein Fail und wieso weil ich ihn nicht getroffen habe ich hab anwesend und er stand vor mir der stand ernsthaft wortlich vor mir und ich hab den nicht gekillt boah ich will die eine Maske haben die sehr floh hat ja warte die das ist ja die kann man glaube ich nur äh special kann man nicht kaufen scheiße nein man mit dem delta meine bitte war nicht getroffen ich schwöre ich hab mir 43 für meine verhältnisse ist es eigentlich recht gut äh ja für meine auch ich war hatte davor eine sehr schwächste ja ich auch ich hatte ungefähr vor drei wochen keine ahnung mit 20er karte ja ja wo wäre es unter die weise wo guck schon wieder ein epischer Fail wie ist der epischer Fail epischer Fail und warum muss ich jetzt schon wieder nachladen ja klar der Ton der 50 Lüsi ja und ich hab mich grad selbst Damage meine Güte du brauchst mehr Skills alter guck mal meine Skills an alter jup ich 2 k j j ich hab mir geblieben Kacher ich habe ich immer wieder gern ja merke ich man wird hier nur unten gespawnt und ums das tun die reizte und über uns ja du ja ich nicht ich werde immer oben gespawnt ich nicht so mein kd sinkt ja freut mich doch nicht und ich fühle mich gerade gemobbt auf jeden fall leute gibt einen daumen hoch wenn das video euch gefallen hat und kevin hast du noch was zu sagen ja tschüss jau tschau pas geht tschau